habe ich überhaupt noch etwas was plus 1 nachladen das wäre hier unten angebracht ich könnte natürlich jetzt auch die anderen auseinander bauen und würde dafür die platinen bekommen aber das will ich jetzt nicht machen habe ich gerade gemacht mit meinem zusammenwerfer ja gut ja wenn man es nicht mehr benutzt ist klar ja aber ich weiß ja nicht ob die waffe jetzt besser ist als der colt der colt war ja auch eigentlich eh mehr der show gedacht als gegner zu killen ja richtig die grillparty aber hier noch einmal so da ist das schicke ding schicke 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 ich glaube ich habe noch eine tork stange dabei jawohl habe ich doch der andere bot kommt auch gerade in 30 sekunden zurück also die zeit war dad ich jetzt noch wahnsinniges ding hier ho ist die dele sind groß die waffen werden irgendwie immer größer komm hier baue ich mal einen hin so wie weit wie sieht es aus ich bin fertig ich habe mir nur ein paar pläne angeguckt gut schon mal den bot noch zurück und dann können wir weiter gehen so meine botten ist genau meine auch angekommen muss ich meine auch annehmen gute beute gehabt so wollen wir weiter okay die waffe ist ein größer hier die ich hier habe einmal oben das impulsgewehr auch an von oben das ist geil was ich auch überlegt zu bauen aber meins ist auch nicht schlecht guck mal hier das hat auch was schön für euch und ich erfriere dir ja jetzt weiß ich was für gegner kommen ja ich auch der partner der partner ist der gegner zack 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 kitzscheide genau ich will eine grafik hier genießen oh schön für die demo demobereich hier echt ich glaube oder nee ich glaube doch noch nicht hat so ähnlich ausgesehen und wieder einer von den zwei millionen cutscenes in diesem spiel ja in den kreisel raum genau ich weiß was du meinst der wär cool da gibt es auch noch einen geheimen erfolg in dem kreisel raum was muss man da machen keinen schaden nehmen dann gehe ich dann um vom kreisel ne ist schon so gedacht oder gehe ich mal stark davon aus weil der kreisel macht nämlich keinen schaden der macht nämlich hackfleisch der macht es ziemlich schnell ach diese wichser hier fängt das wieder an aber ich habe ja jetzt auch ein impulsgewehr oah call of duty yeah 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 ich treffe nur nichts boah ey Sound die Bananen wieso verständet jetzt sieht aus wie Sido ey ich könnte mal hier ein bisschen in Deckung gehen vielleicht das ja ich hab das Bein abgeschossen jetzt frisst die Säure sich da durch yeah ja ich flanke hier sie mal ja keiner mehr da eben gar nicht mehr ja toll das war mal Heimplan hat mich auch gut Energie gekostet die Penner ist wieder irgendwo eine Botstelle in der Nähe glaube ich rollt dein Kopf so wie er da aussieht leider wenn ich die Waffe geladen hab mal gucken hast du wohl den verloren boah mhm mhm weil das ja auch noch nicht abgeschlossen hast das Spiel vielleicht vielleicht zählt es auch so ähm ja wahrscheinlich zählt er hier so dass ich die ganzen Missionen wiederhole einfach nur ne ja genau aber ich glaub ja auch nicht mehr so weit dann sind die Flaschen dort die Botstellen insgesamt nur einmal ähm aber das glaub ich irgendwann nicht ich weiß nicht das wär auch ein bisschen ja ich hab doch schon manche da die waren dort schon doppelt da hab ich auch mein Bot gelägt oh Gott oh Gott Ali 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 Partner wartet an der Tür mhm ich haue sie jetzt alle mit dem Bot kaputt kommt her das wäre bestimmt mal cool mach's aber jetzt mal sicherheitshalber nicht mhm 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 äh super extra Platinen Set ach das find ich halt richtig geil hm komm da drin dann ähm wir müssen dann so spezielle Platinen die bisschen stärker sind da kriegste auch äh ich glaub ich hab auch eins weil ich unmüchtig durch habe und so da hab ich auch besondere Platinen bekommen und so und quaren waren denn plus 5 oder was oder so ich weiß es gar nicht mehr genau ich müsste jetzt lügen aber es ist auch die Raketen Johnnys haha ich geh einfach durch wie Rambo ich hab ihm gerade mal eine Granade geschenkt wenn nicht geprapt ja saubere Lösung hab ich gerade bekommen ach das ist mit der Säure so macht man das das war cool ups da war doch mal was boah hab ich hier Medikids gefunden diesmal ey hab ich schon fast den Verlust von eben draußen ach stars pack wie es liebe stars pack dieses alte pack so was hab ich denn hier wow Medikids hab ich ein paar da merk ich auch noch irgendwo lang ach hier ja hier ist jetzt hier verriegelt ach das ist ne ich glaub ich weiß es nicht mehr genau Och, Alter, ich hab gar keine Erinnerung mehr. Geht das allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Schade. Wir sind alles anders als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Yay, noch mal ne Wegstation, ist schön. Braucht man überhaupt jetzt noch diesen, äh, scheiß Anzug hier? Nee. Nee, ne? Würste. Wir hätten jetzt einen arktischer Anzug. Ja, genau. Was wollte ich denn jetzt eigentlich rauben? Wenn ich jetzt an die Werkbank... Achso, ja genau, für die Waffe hier, äh, das Ding hier wegzulegen. Ja, warte mal, während du gerade an der Werkstation bist. Ich bin gerade in einer halben Minute wieder da. Mhm. Wie ist das Wagen allein unter, Alter, jetzt? Mhm. Mhm. So, da ist das Ding. Sieht scheiße aus, oder? Quatsch, sieht cool aus. Das ist scheißegal, wie das Ding aussieht. So, damit wird deine, ja, genau, verbessern wir das Teil mal. Da unten kann ich auch noch die Panzerung. Nein, gar nicht, nicht. Ah, fehlen mir halb leider. Stasse, ach ja, das könnte man auch mal so langsam verbessern. Fehlt mir auch noch ein bisschen was. Da war schon so ein Zweifel, der wird. Und damit wird deine Aufladung um minus 10, äh, bloß zu den Sekunden verlängert. Ne, um minus 10 Sekunden doch richtig gewesen. So, jetzt fehlt mir alles. Aufrüsten kann ich so noch nicht komplett. Und was holen wir für einen Anzug? N7-Anzug oder, ne, wir, doch, komm, den hatte ich noch nicht an. Jetzt, wir hatten den Mechaniker-Anzug an und jetzt spiele ich weiter mal mit dem N7, wenn machen wir hier schon alles to the show. Hier hätte ich zugebaut. Dass ich ne Kiste stehe. Yeah, N7. Ich hab auch so'n Aufnäher bei der Mass Effect 3 Spezial Edition dabei. Na, ich bin auch mal ganz groß. Geht ratzfatz. Ja, ja. Dauert nur drei Jahre, bis er umgezogen ist. Hm, ungefähr. Ja, 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 ja. Du meinst, Special Forces Anzug. Gucken, wie der aussieht. Naja, zumindest ist mein Roboter wieder an der Bank angedockt. Super. Ach, das ist der Standard-Anzug. Ja, ja. Ey, ich nehm den Zeugen-Anzug. Der ist am besten, ey. So, ich geh jetzt ohne dich weiter. Ja. Warte auf, Partner. Leck mich am Arsch. Uiuiui. Der ist cool. Oh, jetzt ist der Schnellfing. Tö, 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 tö. Wunderbar, komm. Weiter. Weiter geht's. Hm? Wer ist denn da? Wer noch? Mit dem Ding ist es gar nicht so einfach zu zielen, mit diesem riesen Ziel-Ziel-Ziel-Visier. Das ist ja der Schnellf hat, wegen dem Granatenwerfer. Mach mal. Wer? 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 die eigene stelle stimmt da war irgendwo noch was ich glaube da waren auch noch einige kollektiv ist jetzt ist man auch mitten im schneesturm und sieben verdammten scheiß gut es geht eigentlich war ein bisschen über dramatisiert ich meine hier war irgendwo was oder gibt es noch so einen runden scheißkreis ich habe zwei so 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 ich habe einen recorder so